Nein, 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 also ich habe das schon losgeredet. Jetzt mache ich mal folgendes, meinen Bildschirm übertragen, jetzt seht ihr was Orangenes, ja, also dann fange ich nochmal in aller Kürze von vorne an, das was ich dem Chart vorher erzählt habe, da kommen wir her, über das unterhalten wir uns jetzt im Q4 und das ist ja der Ausblick auf das neue Jahr. Und was ich da in dem Graph mal gezeichnet habe, wir haben irgendwo, ja, eine Delle im Lockdown und irgendwie steigert sich alles, weil wir alle nicht irgendwo in eine Glaskugel reinschauen können, aber irgendwo sollte sich ja unser Unternehmen in Richtung Steigerung bewegen. So, das wäre für einige von euch, ich drücke mich vorsichtig aus, natürlich alles noch ein sehr gutes Szenario, wenn eine gewisse Stagnation eintreten würde. Das will keiner von uns, das will keiner für euch und euer Unternehmen und euer Personal und das wäre der Idealzustand. Jetzt frage ich nochmal, Sebastian, sieht man jetzt den PowerPoint-Chart? Ja, sehr gut. Alles klar, so, dann gab es gestern von mir diese operativen Fragen, hatte ich ja eben schon mal irgendwo, ja, thematisiert. Nochmal setze ich voraus, dass ihr euch mehr oder weniger mit dem Thema beschäftigt habt, können wir aber später nochmal in der Interaktion mit euch auf diese Fragen gehen. Und diese strategischen Fragen, da war ich jetzt ja bei dem Thema, Stichwort Therapie. Ich habe so Aussagen von euch gehört, meine Warteliste im Therapiebereich ist wieder voll, also das ist wieder voll in Action. Aber, Komma, Risikopatienten, Schläfer, die geweckt wurden, also ich habe einfach einen Verlust von circa 10 bis 20 Prozent meiner Mitglieder. Das tut mir weh und ich brauche da eine Form von Kompensation, damit ich zumindest wieder auf Null komme. Das wäre ja der graue, sagen wir mal, der graue Pfeil horizontal. Also irgendwo bewegt ihr euch ja alle irgendwie in dem Spektrum zwischen dem Verlust von Mitgliedern und fehlender Rentabilität und auch einer gewissen Steigerung. Aber, und da komme ich jetzt genau zu diesem Thema aus diesem ETL-Webinar, wenn man sich die Phase 04 anschaut, wir sind jetzt, wir sind alle wieder irgendwo in der Betriebsphase, dann gibt es ja so gewisse Erkenntnisse, dass Physiotherapiepraxen mit Selbstzahlerbereichen haben sich im Vergleich, Achtung, im Vergleich zu vielen Großanlagen im Fitness, zu Discountern, mit natürlich irgendwo vielleicht nicht der Wahrnehmung eines Kunden, Patienten, was Hygiene betrifft. Also da behaupte ich jetzt mal aus meiner subjektiven Perspektive heraus, dass der Unterschied zwischen einer Physiotherapiepraxis und einem Fitnessstudio sehr, sehr deutlich wurde. Und ich habe ja auch mehrmals in unseren Netzwerktreffen auch dahingehend sensibilisiert, Achtung, der Fitnessmarkt kommt auf euch zu, kommt auch mit Wissenschaft, hat zur Not auch irgendwo noch eine Physiotherapiepraxis eingestellt. Also es gilt ja jetzt in dieser Phase auch zu differenzieren und klar zu machen, dass eben eure Einrichtung kein Fitnessstudio ist. Also da ist schon auch vorab meine Empfehlung, in dem Moment, wo man so tut, als ob man ein Fitnessstudio wäre, werde ich natürlich auch wahrgenommen im Fitnessstudio und dann fehlt auch die Unterscheidung für den Kunden oder Interessenten. So, hatte ich eben auch schon mal angedeutet, der Rettungsschirm, nicht jedem hat er im Prinzip, ja, finanziell irgendwie gut getan, aber ich habe schon viele Feedbacks bekommen, der war schon nicht so verkehrt. Und in der öffentlichen Wahrnehmung, ihr wisst, um dieses Wort Systemrelevanz hat, ich bin mal jetzt ein bisschen bösartig, hat der Fitnessmarkt gebettelt. Wir sind systemrelevant, wir wollen nicht auf die Ebene von Portellen gestellt werden. Wir sind Gesundheitseinrichtungen, also wer da in diesem Informationsnetzwerk dieser ganzen Studiobetreiber war, dann war dieses Wort systemrelevant sehr, 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 sehr präsent. Das habt ihr physios, Kraft eures Berufsstandes und eurer Branche und eurer Wahrnehmung irgendwo in Form dieses Rettungsschirms hier erhalten. Und ich glaube auch, wenn wir jetzt über die Risikopatienten, die es natürlich auch bei euch gibt, reden, dann behaupte ich auch wiederum, dass ihr eine höhere Durchschlagskraft bei dem Thema habt. So, und deshalb schon mal vorab, dieses Alleinstellungsmerkmal, den USP, wie man so schön im Marketing sagt, diesen Unterschied deutlich zu machen, das muss in jede Facette, in jede Denkarbeits- und Haltungsweise der Mitarbeiter, in jeder internen und externen Marketingmaßnahme, Man muss sofort wahrnehmen, das ist eine physiotherapeutische Einrichtung mit der entsprechenden Kompetenz. Das ist irgendwo völlig klar. So, damit ihr, das ist jetzt ein Stück weit auch, ja, ich nenne es immer die Wahl der Waffen. Das links, seht ihr, das ist unser aktueller Standwissensportal mit allen Marketingaktionen und rechts, deswegen ist der Sebastian mit dabei, ist nochmal das, was wir besitzen. Ich würde aber ganz gerne im nächsten Chart jetzt mal mit euch gemeinsam herausfinden, was euch unter den Nägeln brennt, in welche Richtung wir als Gruppe denken können, weil klar, ich kann jetzt auch eine halbe Stunde über den Paragraf 20 Kurs erzählen, wie reaktivieren wir im Background, aber da würde mich ganz gerne mal von euch interessieren, wohin es gehen können. Und wir, der Sebastian und ich, wir haben uns da jetzt ein Stück weit interaktiv darauf vorbereitet. Also schießt da mal los, wo ihr steht. Vielleicht ist es auch eine Art von Netzwerktreffen, da haben wir auch sehr positive Bieter zu erhalten, jetzt von den September-Netzwerktreffen, dass ihr auch mal von euch aus sagt, in welche Richtung ihr euch das Ganze wünscht. Weil, wie gesagt, weiß halt der vielen Netzwerk, lasst uns da Netzwerk und Austausch. Also schießt los. Ich nehme mal den Arno raus, Arno, unser Klassensprecher. Okay, ich bin dabei. Ich bin online, ne? Ja, man hört dich. Okay. Also, ja, du hast es schon gesagt, also USB, zentraler Kern. Wir haben so viel Zeit und Energie reingesteckt in den Background. Also, ich bin dafür, dass das ist der absolute Kern, wo man sich weiter reinhängen sollte. So unglaublich viel Material haben wir da angesammelt mit Klaus, mit Videos und so weiter. Und das Wichtigste, ich merke, das ist ein Thema, wo die Ärzte uns nicht packen können. Also die sind einfach auch mit deren ganzen Kompetenz, werden die uns da nicht übertreffen können. Also die Wirbelsäule ist einfach als Organ zu kompliziert, um das mal kurz zu erklären und mit Eagle-Leistungen zu verkaufen oder zu verbessern. Ich glaube, da liegt wirklich so ein Kernthema, wo recht viel gemacht werden kann. Und das merken wir jetzt auch, also mit Background, auch wenn es schwierig ist über Facebook. Das muss ich natürlich dann doch schon eingestehen. Wir haben im September recht viele Leads gehabt. Qualität der Leads brauche ich nicht darüber zu sprechen. Da gibt es bessere, die man bekommen kann. Aber wenn man sich da reinhängt, und ich habe mich da richtig reingehängt, dann kommen da doch einige, die dann Termine machen. Leider ist dann auch wieder die Quote, die dann nicht kommt, ist dann doch wieder recht hoch. Vielleicht auch durch Corona. Aber ich sage mal ganz ehrlich, die Leute, die dann kommen, also da schließen auch sehr viele von ab. Und der große Vorteil, das möchte ich mal zu denen sagen, die das alles kritisch sehen, diejenigen, die jetzt reagieren über solche Online-Kampagnen, haben auf jeden Fall dann nicht das Thema Corona, wo man sich immer wieder mit austauschen muss oder Überzeugungsarbeit leisten muss. Also das Thema habe ich bei allen, die ich angerufen habe, habe ich überhaupt nicht ansprechen müssen. Weil die werden sonst nicht anrufen oder melden sich nicht. Also das finde ich der große Vorteil. Alle, die jetzt neu dazugekommen sind, sind da ganz entspannt mit Corona. Natürlich haben wir auch sehr viele verloren durch die ganze Corona-Problematik und Risikopatienten. Aber das sage ich auch, zusammen mit Kirsten, haben das ein bisschen durchgesprochen, diejenigen, die gehen wollen, richtig bewusst überlegen, ob man da Überzeugungsarbeit leisten will und kann und wie viel, um die Leute zu halten. Ich sage mal so, die Leute, die ihre Gründe haben, nicht kommen zu wollen, ja, die lassen wir dann gehen. Aber dafür dann neu Akquise mit Leuten, die da Corona-resistenter sind. Also das funktioniert recht gut über Background. Okay, also zur Info für die, die das nicht mitbekommen, der Arno und die Kirsten haben in Zelle, ja, antizyklisch kann man gar nichts sagen, sondern jetzt im Prinzip in diese Restart-Phase gesagt, hey, was hat sich bei uns oder was ist unser Flaggschiff, unser Positionierungs- und Marketing-Flaggschiff-Background? Haben auch ein sehr gutes Video produziert, das wird auch von Partnern jetzt genutzt in der Anpassung. Also da müsst ihr mal auf Facebook schauen, also da jetzt auch mal vor allem Danke nach Zelle. Das sind Initiativen, das hattest du, Hermann, auch schon mal bei dem Paragraf 20-Kurs gemacht. Man entwickelt etwas selbst, der Dienstleistende, der es gemacht hat, wird in den Polen und soll ja dann da auch sein Geld verdienen. Top-Initiativen. Und ja, also das Background ist ja im Kern auch vor Corona schon der Grundgedanke gewesen, auf Basis unserer Arbeit und Studien mit hoher Qualität uns abzugrenzen zu einer klassischen Fitnesseinrichtung. Von daher alles gut und weil ich gerade den Hermann sehe, der Hermann setzt jetzt gerade eine Fair-Five-Kampagne, Hüftschwung statt Hüft-OP, auch da hat man jetzt immer ein bisschen was in Facebook gepostet. Hermann, da vielleicht Feedback, wie die Resonanz hier zur ersten Resonanz ist? Also ja, ich sage da gerne was dazu. Ich habe jetzt Arno interessiert zugehört, weil letztendlich hat er ja jetzt die Kampagne oder ist dabei, die umzusetzen, die wir in den ersten drei Monaten dieses Jahres hatten. Und das war unterm Strich wirklich erfolgreich für uns. Das muss ich sagen, bis Corona dann losging, dann war es natürlich aus. Und wir haben jetzt in der Corona-bedingten Lockdown-Phase uns für Five entschieden, haben hier umgebaut, Geld investiert und arbeiten seit Juli mit Five und haben uns jetzt für den Herbst eben Five als externe Kampagne überlegt, beziehungsweise uns dafür entschieden. Und wir haben eine Großplakate-Werbung hier regional bei uns gemacht, an strategisch günstigen Standorten, flankiert von der entsprechenden Anzeige in der lokalen Zeitung. Ich kann zur Resonanz bis dato noch gar nichts sagen, weil das läuft jetzt seit knapp zehn Tagen. Also das läuft noch den ganzen Monat bis Anfang November. Bis jetzt ist es relativ still. Also wir haben jetzt aufgrund unserer Werbekampagne noch kein Feedback bekommen, woran es auch immer liegt. Momentan ist Corona ja durch die steigenden Infektionszahlen für viele wieder ein Thema. Das merken wir auch bei unseren Mitgliedern, dass da verstärkt Nachfragen nochmal kommen, wie es aussieht mit dem Infektionsschutz und mit der Sicherheit beim Training etc. Also von daher ist das jetzt für uns eine Situation, die ich noch gar nicht abschätzen kann. Aber um zu dem, was Arno sagt, zurückzukommen, für mich ist klar, was wir Anfang nächsten Jahres vorhaben, wird wieder die Background-Kampagne sein, so wie wir es Anfang 2020 hatten, über eine Online-Werbemaßnahme. Das war also wirklich im Nachgang betrachtet richtig gut und hat uns fest 20 Background-Verträge, 20 Mitglieder in Background quasi gebracht. Das war gut. Ja, ansonsten leiden wir genauso wie alle anderen auch und kämpfen darum. Also unterm Strich steht natürlich am Jahresende ein Minus, was die Mitgliederzahlen angeht. Aber ich bin mal guter Dinge, dass wir mit dieser, und da finde ich gut, du hast das sehr gut rausgearbeitet, mit diesem Standpunkt, also lokaler Anbieter zu sein und die Schnittstelle Therapie und Training als Alleinstellungsmerkmal wirklich auch nach außen zu kehren. Und dafür ist Background oder eventuell dann auch die Kniearthrose-Studie bzw. die Kampagne, die dann hoffentlich nächstes Jahr auch Gestalt annehmen wird, sicherlich sinnvoll. Also Resümee, meine Erfahrung, Background war gut. Bei Arno läuft das sicherlich auch, hoffe ich jedenfalls auch gut. Wir werden das im nächsten Jahr wieder machen. Danke. Da vielleicht passend, ja, folgende Berichterstattung. Wir hatten das in den Frühjahrs-Videonetzwerktreffen und im Herbst auch noch mal diese sogenannte Infozeitung. Die kennen viele Partner von uns, die hatten die damals zur Eröffnung gehabt. Ja, Stefan, du hörst da mit, du warst so ein bisschen Spiritus Rector. Dann hat man das da oben, habe ich das mit der Simone Friedebold aus Luchup weiterentwickelt. Und daraus ist ja etwas, bastel dir deine Zeitung selbst für Einrichtungen, die jetzt nicht die übrigen Marketingbudgets haben. Das hat sich jetzt mittlerweile als eines der, sag ich jetzt mal, aktivsten Tools 2020 herausgestellt. In allen möglichen Facetten. Das haben wir jetzt mittlerweile so weit professionalisiert, dass ich das mit der Katja Schlegel eigentlich bei sehr vielen Einrichtungen empfehle. Infozeitung ist letzten Endes eine Öffnungszeitung, in der ich, ja, erstens differenziere, was die Klientel, ich muss es eigentlich mal zeigen, wo habe ich diese Infozeitung, was die Klientel betrifft. Hier ist mal so ein bisschen ein Auszug daraus aus dieser Zeitung, wer sie noch nicht gesehen hat, aber ihr seht von der Werbung her, die Verantwortung für ihre Gesundheit tragen sie. Das spricht eine klare Zielgruppe an. Und diese Headline, die ihr oben drüber seht, die ist im inneren Bereich, was uns von Fitnessanlagen unterscheidet. Da steht klar, klar für den Interessenten, für den Erstleser, was es ausmacht. Und wenn ihr da unten das Bild seht von Stefan und von Klaus, damit können wir natürlich jetzt spielen, weil wir haben Klaus als unseren wissenschaftlichen Übervater. Wir haben die entsprechenden Studien und das kann ein anderer so nicht erzählen. Und diese drei Kreise, die Altgedienten können es nicht mehr hören, aber das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Deswegen immer wieder wiederholen. Das ist eigentlich die Story von der Zeitung und die hat jetzt unabhängig von der Arthrose-Geschichte oder von der Arthrose-Geschichte von Hermann und von der Rückengeschichte von Arnon, das war etwas von allem ein bisschen. Und wir haben jetzt zwei, drei Neueröffnungen. Eine in Dortmund, da habe ich heute früh gerade die Information bekommen. Da setzen wir diese Zeitung ein. Und ich gehe jetzt wieder zurück zu unserem eigentlichen Chart. Das hat sich als ein ganz gutes Tool herausgestellt. Das ist eher die breitere Schrotflinte. Und ein viertes Instrument, das jetzt auch sehr häufig eingesetzt wurde, ist der Paragraf 20-Kurs. Und wenn jetzt jemand hier unter uns ist, der vielleicht den Paragraf 20-Kurs intensiviert hat, umgesetzt hat, vielleicht länger dabei ist, würde mich da auch mal ein Feedback von euch irgendwie interessieren. Ich gucke gerade mal dich an, Stefan. Frage, setzt du den momentan ein bei dir in Bad Klein? Ich hole dich gerade rein, paar Audio. Warte mal, ich muss noch ein bisschen warten. Stefans Stummschaltung aufheben. So, jetzt darfst du reden. Stichwort Paragraf 20. Ja. Also ja, wir machen den Paragraf 20-Kurs umlaufen. Und haben wir jetzt auch wieder explizit mit reingenommen, auch um den Wiedereinstieg für Mitglieder auch noch mal zu erleichtern, zum Beispiel. Okay. Also das ist ein Tool, das jetzt gerade so dauerhaft läuft. Ja, also Info ins Netzwerk. Der Stefan ist eigentlich jemand, der hat immer, ich nenne es immer den Moscherie-Kirschen-Idee. Du hast ja immer den Kurs eingesetzt und dann aber künstlich limitiert. Heißt, ganz praktisch, du hast den einfach monatlich auf 10 oder 20 Teilnehmer limitiert, um ein ausgewogenes Verhältnis zwischen klassischen Mitgliedern, die wir natürlich wollen. Und, ja, sind wir jetzt ein bisschen salopp, Krankenkassensurfer, die zweimal im Jahr kommen, zwölf Trainingseinhalb machen und immer noch meinen, dass für die Gesundheit die Krankenkasse zuständig ist. Die wollen wir eigentlich nicht, aber in Zeiten von Corona, ja, kann man nicht überall wählerisch sein. Da würde ich auch gerne mal anknüpfen, vielleicht einmal noch, auch zu Background und zu der Hüftschwungaktion, weil das stimmt auch mit, ich sage mal, unserer Haltung und auch den Feedbacks von den Netzwerktreffen überein. Was ja beide Aktionen gemeinsam haben, genauso wie der Paragraph 20 Kurs, die sind ja nicht zeitlich gebunden. Also damit meine ich einfach, ich habe jetzt keine klassische Herbstaktion mit dem Stichtag XY. Weil das war auch so das Feedback von den Netzwerktreffen oder auch jetzt aus den letzten, ich sage es mal, Beratungsgesprächen, dass jetzt in dieser unsicheren Situation man ja schlecht planen kann. Und deswegen keine Marketingkampagne so abfackeln möchte, wo ich eben auf dem Stichtag dann festgelegt bin. Natürlich auch kostentechnisch, hat dann Druckkosten, Aufwände und so weiter. Und im schlimmsten Fall kann ich es dann nicht so durchführen. Ich sage mal, bei Background ist ja ein Tool, ein Konzept, was ich immer einsetzen kann, ohne den Zeitfaktor, genau wie der Paragraph 20 Kurs. Und meines Wissens bei der Hüftschwungaktion ist es ja auch so. Zum Paragraph 20 Kurs kann ich auch noch sagen, da war ich jetzt auch bei zwei Kunden mit. Da wollten wir eigentlich auch eine Marketingaktion planen, also sprich eine Kampagne, ähnlich wie eine Herzaktion. Haben uns aber trotzdem für den Paragraph 20 Kurs entschieden und setzen es auch so um, wie es der Thilo gerade gesagt hat, also einfach einen breiten Trichter über die Masse gehen. Also beispielsweise in der einen Einrichtung machen wir es so, wir haben jetzt einfach einen Flyer drucken lassen und den kriegt jetzt einfach jeder Patient, der da antanzt, mit. Und wie es auch der Stefan gesagt hat, das ist ja immer noch ein gutes Tool, um da einfach mal reinzukommen. Das Ganze soll natürlich mit den Hygienekonzepten umgesetzt werden, dass ja der Sicherheitsfaktor gegeben ist. Ansonsten finanziell tut es ja keinen Kunden weh, einfach auch durch die Rückerstattung durch die Krankenkasse. Sagt mal, unabhängig von der, ich nenne sie mehr Wahl der Waffen, also unabhängig von der Art und Weise, wie man Marketing macht, spürt ihr, merkt ihr in der Akquisition von Interessenten eher ein Verhaltenes, verändertes, sage ich jetzt mal, ja oder nein? Oder sagt ihr, es ist genauso schwierig wie vorher, ich kann da eigentlich keinen Unterschied feststellen? Ich habe gerade Katlin auf, Katlin? Ja, hallo. Ja, hallo, Katlin, ich nehme mich jetzt einfach mal so raus. Also in der Art und Weise, also wie wirbst du momentan, mit welchen Mitteln? Also direkt aktives Marketing betreiben wir es aktuell gar nicht, sondern hier halt eher dann auch über die aktive Therapieansprache. Ja, okay, aus der Therapie raus, guckst du, dass du jetzt Mitglieder machst? Genau, genau. Läuft gut, schlecht oder sagst du, könnte besser sein? Das ist halt auch, also wenn ich die Patienten anspreche, also ich spreche sie an, wenn bei den Mitarbeitern ist halt schwierig, ja, die Mitarbeiter dazu zu bringen, regelmäßig das Thema anzusprechen, ja. Ja, ich würde sagen, ja, ich habe ja gehört, das ganze Thema und Ansteckungsgefahr und Maske, ist das so ein Thema bei euch? Es hält sich im Rahmen, sagen wir es mal so. Okay. Also von der Angst jetzt zur Patienten, es hält sich im Rahmen. Es ist halt eher, dass viele angenervt sind, sage ich mal generell. So die Stimmung der Bevölkerung, die allgemeine Stimmung, die negative, die macht sich schon bemerkbar. Dazu übrigens, gehe ich ein bisschen wieder auf die Meta-Ebene, auf die Dach-Ebene, ihr habt ja das alles mitbekommen mit dem Thema Immunsystem, Immunbooster, Mensch Thilo, Mensch Katharina, Mensch Physiaktiv, habt ihr da mal nichts in Richtung Immunbooster? Ich habe jetzt gerade so im Oktober den Eindruck, das war, ich bin mal ein bisschen bösartig, das zweite Mal, ja, das war so eine Blendgranate, da dachte dann im Prinzip der Fitnessmarkt, wir kommen jetzt mit der Immunbooster-Geschichte und wirken. Ja, wir schützen sicherlich unser Immunsystem durch eine sportliche Betätigung, aber daraus so einen Hype zu machen, dass sie dich gegen Corona schützt und das Ganze dann wieder so eine, ja, so eine pseudowissenschaftliche Marketingkampagne wird. Ich glaube, da waren wir sehr gut beraten, auf den Zug nicht mit aufzuspringen. Sage ich auch mal so. Hermann, du bist gerade noch auf live, jetzt muss ich den Hermann schnappen. Ja, darf ich noch was sagen? Hört man mich? Ja, also ich kann dir nur zustimmen, das ist wohl so und um die Frage von vorhin aufzugreifen, also ich finde schon, dass die Kunden sensibilisiert sind, wer ist das nicht? Man wird morgens mit Corona geweckt und geht abends mit Corona wieder ins Bett. Du hörst ja den ganzen Tag nichts anderes und wir haben jetzt auch bei uns zum Beispiel, um da ein bisschen die Luft rauszunehmen hinsichtlich Hygiene, immer noch A, die Terminierung, also maximal sieben Leute auf der Trainingsfläche etc. etc. So wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Das hat sich gut eingespielt und ich habe jetzt nochmal investiert. Wir haben einen Luftfilter, also ähnlich wie dieser Ernovir, den stellen wir bei uns im Trainingsraum auf, nach dem Motto Luft ist rein, Aerosol, technisch sind wir da gut aufgestellt und ich kehre das nach außen. Das heißt im Beratungsgespräch mit einem angehenden Kunden, gerade heute Vormittag hatte ich jemanden da, du kannst die Kunden super gut abholen mit deiner physiotherapeutischen Kompetenz, mit den Themen Paragraf 20 als niedriger Einstiegshürde. Das ist für uns ein dauerhaftes Thema, sowohl im Pfeif als auch im Physiaktiv-Zirkel, also im Milon-Zirkel. Das zum einen und das Thema Corona lasse ich eigentlich immer auch einfließen über die Terminierung, weil wir auf die Abstände achten. Wir haben diese Terminierung bei uns eingeführt, das funktioniert, jemand anders macht es vielleicht nicht so, aber ich finde aus meiner Erfahrung heraus, dass man durchaus die Sensibilität, die die Leute haben, aufnehmen darf. Von vornherein, ohne dass man danach gefragt wird, auch klarstellt, wie das bei uns mit den Hygienevorschriften aussieht und das führt dann doch zu einer relativ guten, beruhigten und entspannten Situation. Der Kunde fühlt sich erstmal sicher nach dem Motto, die achten da drauf, das ist gut. Jeder weiß, jeder der normal denkt, weiß, dass er immer ein Restrisiko hat, egal wo du hingehst, das kannst du nicht ganz vermeiden. Also von daher ist das Thema bei uns mittlerweile, muss ich sagen, relativ entspannt und wir können das, den Umgang, wie ich in meiner Einrichtung damit arbeite, auch sehr gut gegenüber dem Kunden als, ich will nicht sagen Alleinstellungsmerkmal, also aber jedenfalls als wahrnehmbares Merkmal der Aufmerksamkeit benutzen. Das heißt, im übertragenen Sinne kehrt man das Ganze um und sagt nicht, ach Gott, alles Quatsch mit dem Corona und mit den Hygienemaßnahmen, das nervt mich eigentlich nur. Sondern zu sagen, das ist bei uns so um ihrer Sicherheit willen. Also ein wichtiger Punkt, denke ich. Also Frage der Kommunikation. Der Hermann hat jetzt ein Riesenthema, erinnert euch so in den letzten Monaten, Stichwort Terminierung. Da gab es ja mannigfallige Lösungen. Der Hermann hat eine Eigenentwicklung aus seinem, sagen wir mal, Internetredaktionssystem entwickelt. Das heißt, bei ihm in Wiesloch trainiert man auf Termin. Man wählt sich einen Termin ein, bekommt eine Bestätigung, automatisiert und darüber steuert der Hermann die, sag ich mal, die Kapazität pro Stunde in Slots. Du berichtigst mich, Hermann, wenn ich jetzt was falsches sage. Und das Prinzip haben jetzt einige Physiaktiv-Bahn, erinnert mich im September in Rostock. Da haben sehr viele mit diesem Magic-Line-No-Excuse-Tool, also einer klassischen Fitnessstudie Mitgliederverwaltungssoftware gearbeitet. Und der Dirk Elsen in Melldorf zum Beispiel, Skatflex ist eine Terminierungssoftware für den Kursbereich. Heißt, das sind jetzt Partner von uns gewesen, die haben gesagt, ich setze ein Terminierungsprinzip aufgrund der Hygienelimitierung um. Und es gab dann im September, jetzt am Oktober, natürlich schon fast den Gedanken und die Diskussion, halt, ist vielleicht das Terminierungsgeschäft eine Zukunft? Es gibt jetzt einige Fitnesseinrichtungen, die haben aus diesem scheinbaren Nachteil, haben die das umgedreht und sind so jetzt in der Lage, über die Terminierung, ja, ihre Rettung zu steuern. Ist der gewagte Rettung auf der Rasierklinge, ist mir klar als Unternehmen, aber wenn man dann den Switch geschafft hat, und ich will das jetzt nicht jemandem empfehlen, aber das sind ja alles Dinge, wo man manchmal aus der Not eine Tugend machen kann. Hat jemand irgendwo, ich nehme mal jetzt die Martina, Frau Martina, du bist, du hast auch das ganze Terminierungsbusiness komplett durchgearbeitet. Vielleicht mal da ein Feedback von dir dazu. Martina, ja, ein bisschen lauter. Ich hatte das am Anfang vor, über die Magic Line No Excuse mit der Terminierung anzufangen, habe mir das dann aber kurzfristig vor Restart überlegt, das erstmal zu lassen und erstmal zu beobachten, was überhaupt an Kunden kommt. Da wir in der, in diesem Falle glücklichen Position sind, eine große Fläche zur Verfügung zu haben, wo auch die Geräte ziemlich viel Raum, viel Platz zueinander haben, die Zirkel viel Platz zueinander haben, haben wir das erstmal beobachtet. Und das ist eigentlich gut gelaufen, so wie die Kunden nach ihrem flexiblen Zeitplan gekommen sind und haben deshalb das Ganze sein lassen. Also ich habe No Excuse gelassen. Wir arbeiten nicht mit Terminierung, das lief auch für die Kurse und es läuft für die Trainingsfläche nach wie vor so mit flexibler Kommens- und Wiedersehenszeit ohne Probleme. Okay, okay. Das ist auch, ich wollte, Stefan, bei dir in Bad Kleiner habe ich das auch mitbekommen, du hast ja auch so in der Philosophie entwickelt, ich gucke mir das erstmal an und dann reagiere ich situativ darauf, ob ich das jetzt tun muss oder nicht. Und ich glaube, ihr habt es dann auch so gelöst wie die Martina, dass ihr ohne das Terminieren arbeitet. Ist natürlich jetzt alles... Ja, 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 ja. Das haben wir von Anfang an so gemacht. Ich habe mich dann den alten therapeutischen Leitspruch gehalten, immer so viel wie nötig, nie so viel wie möglich. Richtig. Und wir sind da ein bisschen bei Martina. Es liegt aber auch zum großen Teil daran, dass wir ziemlich viel Platz haben und relativ viele Leute untergebracht kriegen. Und bei unserer Anzahl, die wir hätten maximal haben können, da bin ich im letzten Jahr nur zweimal überhaupt rübergekommen, auch ohne Corona. Also das heißt, bei uns dürfen ja auch ziemlich viele Leute gleichzeitig da sein. Und so viele Stunden haben wir auch in echt fast. Ich muss aber sagen, an der Stelle, da muss ich auch mal eine Lanze dafür brechen, im Netzwerk treffen war das so, gerade die, mit Verlaub, kleineren Läden, wie in Greifswald zum Beispiel, die haben da extrem von profitiert. All dieweil ist, auch für die Inhaber und Therapeuten die Möglichkeit war, sich selber zu terminieren und aus diesem Therapiegeschäft mal rauszuholen. Die haben dann einfach auch zwei Stunden zugemacht übermittags, was sie nicht umgesetzt gekriegt haben, sonst bei den Öffnungszeiten. Und dann haben das dann einfach durch die Hintertür verkauft, beziehungsweise gar nicht gesagt und dadurch freie Zeit geschaffen, zum Beispiel. Das war bei Bianca so, ne, Stefan? Ja, genau, fand ich ziemlich cool, weil die hätte ja sonst nie rausgekommen aus ihrer Nummer. Ja, also, ja, auch cool. Ja, fand ich auch. Also, ich glaube, das muss man nach Ortanzahl in Größe betrachten. Thilo, vielleicht noch eine Ergänzung? Ja. Ja, also, wir, unsere Anlage, wir haben dann drei Zirkel, aber von der Fläche her ist es nicht so groß. Da hätte ich zwei Ergänzungen, was jeder dann für sich dann rauszuholen kann, sinnvoll ist oder nicht. Also, wenn die Anlage nicht so groß ist, wir sind jetzt etwas flexibler und lockerer mit den ganzen Abläufen. Also, da nicht zu... Jemand stört da im Hintergrund, oder? Okay, alles klar. Also, dass man nicht zu rigide ist mit den Abläufen. Also, sonst waren wir immer sehr rigide, dass jeder genau das Gerät so benutzen soll, wie er das benutzen soll. Aber jetzt erlauben wir zum Beispiel, wenn die dann wenig Zeit haben oder keine Lust, dass sie die Kardio-Geräte rauslassen. Natürlich dann unter Begleitung, ja, also intensive Begleitung in den Zirkel. Natürlich das Springen in verschiedene Zirkel. Also, sonst haben wir immer erstmal Kraftausdauerzirkel als Aufwärmrund und dann zweimal Kraftzirkel. Aber das kann man dann jetzt auch vertauschen. Wir haben dann auch noch einen Kardio-Zirkel. Wenn es dann ein bisschen voller ist, dass man erstmal ein Gerät benutzt in der Kardio-Zirkel, bevor man dann in den anderen Zirkel einsteigt. Also, das Flexibilitätsprinzip, dass man einfach flexibler ist in der Gestaltung und nicht mehr so rigide, wie das eigentlich angedacht ist. Das ist Nummer eins. Und vielleicht doch nochmal eine Ergänzung. Der Ampel. Das Ampelsystem, ich hatte es schon angesprochen im Netzwerktreffen. Wir haben das jetzt umgesetzt bei uns in der Praxis. Und das kommt super an. Also, wir hatten erstmal eine Ampel mit Rot, Gelb und Grün. Also, drei Ampeln. Im ersten Monat war es nicht super gelungen. Ich habe das dann über eine Mitarbeiterin machen lassen. Und da kam dann auch noch recht viel Rot, wo es eigentlich nicht rot sein sollte. Weil es ist eigentlich relativ entspannt, die ganze Auslastung. Auch wenn wir das völlig freilassen. Jetzt haben wir ein vier Ampel. Anno, ganz kurz für uns nochmal alle deine Ampel-Idee. So in kurzen Worten, dass wir das nochmal verstehen. Was war die Grundidee der Ampel? Okay. Ja, gut, dass du sagst. Also, die Ampel-Idee ist, wir haben unseren Tag aufgeteilt in zwei Stunden Takt. Und dann in jeder zwei Stunden Phase, sagen wir dann, entweder Rot, wenn es gut ausgelastet ist. Oder wir haben da jetzt auch noch vier Ampel. Also, Orange. Och, es ist ausgelastet, aber überhaupt kein Thema. Gelb. Sehr entspannt. Und Grün. Nichts los. Gerne da kommen. Also, jeder kann das natürlich dann für sich dann das eigene Wording dazu packen. Und so haben wir dann eine Übersicht von Montags bis Samstags. Die verschiedenen Stunden teilen. Wir haben dann zwei Stunden Abschnitte. Also morgens am Montag von acht bis zehn. Da haben wir jetzt als einzige, wo es rot ist. Und sonst ist alles entweder orange oder gelb oder grün. Man sieht auf Anhieb, wo sind die Lücken, wo ist es grün. Und vom Klientel her, wir haben natürlich recht viele Ältere, auch viele in Rente, die selbst da die Zeit gestalten können und jetzt auch eine Orientierung haben, wie die dann auch dementsprechend jetzt ihre Trainingsphasen gestalten. Und dadurch ist jetzt der Verlauf deutlich ruhiger und nicht mehr so ad hoc per Zufall, dass es dann Riesenstau gibt und dann wieder gar nichts los ist. Also die Auslastung ist schön gleichmäßig, gleichmäßiger geworden und es ist relativ billig. Und wo ist die Ampel? Wie bitte? Wo die Ampel ist? Beim Eingang auf einem Flipchart. Alles klar. Also nichts online, realtime und irgendwie von der Kehr eine Schnittstelle programmiert. Sehr einfach und sehr gut, dass du sagst, weil es war auch, ja, könnt ihr das nicht bei Facebook machen? Bewusst machen wir solche Sachen nicht über Facebook, weil wenn das dann so ganz bekannt wird mit Rot und so weiter, also das gibt unnötige Kommunikation, wo wir es nicht steuern können. Also über Facebook machen wir das bewusst nicht. Das ist nur intern, dass intern da geholfen wird und das wird dann intern weitergeleitet. Aber nicht, dass das dann auch nur über Facebook oder Instagram. Ja, Instagram glaube ich auch, aber da sind nicht so viele, die da folgen. Also da ist keine Gefahr. Aber da bin ich dann eher skeptisch, um das da öffentlich zu machen. Und wie gesagt, das kommt super an. Eine Reflexion hatte ich dann noch mit Dirk Elsen, von dem halte ich auch sehr viel. Er hat auch gesagt, ja, Arno, Netzwerktreffen hat er das gesagt. Ich habe das gemacht mit der Ampel. Bei uns hat das überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich nachgefragt. Die haben das wöchentlich aktualisiert. Und dann funktioniert er natürlich nicht, weil dann reagiert jeder auf die Ampelsituation. Und dann wird das ein Durcheinander. Wir halten die Ampel für einen Monat. Also das ist, glaube ich, wichtig, dass man dann über einen Monat sieht, wie sich das alles einpendelt. Und dann wieder neue Auswertung von den Zahlen. Im Übrigen mit Cockpit. Das ist dann wieder das geniale Tool Cockpit, wo das dann sehr gut einsetzbar ist. Weil bei Cockpit sieht man genau, welche Tage sind stark und welche Stunden sind stark. Also auch hier wieder die Empfehlung über Cockpit kann man das dann sehr gut auswerten. Mit, wie gesagt, vielen Dank für diesen Link. Nochmal, Cockpit ist kostenlos erhältlich. Wer es noch nicht gesehen hat, wer es noch nicht irgendwo weiß, was das Ganze tun kann, einfach bei uns melden. Das wird in der Kehr freigeschaltet. Ja, vielleicht, Arno, erklärst du so ein bisschen, wie du Cockpit nutzt? Also wie gesagt, Cockpit, ja, man kann dann, wenn man da durchguckt, dann sieht man, welche Tage wird viel trainiert. Und wenn man dann noch weiterguckt, dann pro Stunde sieht man genau die Auslastung, wie viele trainieren, für welche Stunde. Und dann hat man relativ schnell hat man der Übersicht, welche Stunden viel belegt sind, welche Stunden wenig belegt sind. Und wir nutzen das dann, um die Ampel letztendlich zu füttern und zu gestalten. Also ich finde, das ist super, weil ich hatte heute beispielsweise von Kunden die Anfrage, bei dem läuft am Wochenende die klassische Herbstaktion mit Takt der offenen Tür und so weiter. Und ja, das Problem hat eine wirklich sehr kleine, was heißt Problem, ist auch was Gutes dabei, eine wirklich sehr kleine Praxis mit einer guten Auslastung. Also die ganzen Stammmitglieder trainieren jetzt auch. Aber er kriegt jetzt fast in diesen, ja, er hat auch diese Terminblöcke in einer Stunde, vier Personen maximal. Er kriegt jetzt viele neue Leute da gar nicht regelmäßig mit unter. Und da finde ich zum Beispiel diese Ampel-Idee super, die kann ich am Tag der offenen Tür ja mal rausgeben. Ähnlich, wenn man es mit Betreuungszeiten auch macht. Das ist mal gleich mal so eine, ja, für neue Interessenten, eine Einwandvorbehandlung hat, dass doch jeder auch regelmäßig zum Zug kommt, wenn er sich die richtige Zeit wählt. Also super. Genau dafür brauchen wir es auch, der Ampel, also alle, die neu dazukommen, immer die Standardfrage, wann ist wenig los? Ja, gucken Sie auf unseren Ampel. Wir haben natürlich in den Zirkeln auch schon eine kleine Ampelübersicht, aber bei Ein- und Ausgang, groß, Flip-Over-Chart. Und wie gesagt, das kommt super an und gibt auch viel bessere Verteilung von allen Trainierenden. Das ist ja der Grundgedanke, die Steuerung der Auslastung. Genau. Und wir wurden durch eigentlich den externen Impuls der Hygienebestimmung von Corona genötigt, da irgendetwas zu tun. Und wie gesagt, dann sind das jetzt sehr schöne Beispiele, Not, Tugend und aus der Not die Tugend machen. Auf einmal merkt man, dass so ein externer Impuls einen im Management weiterbringt. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen was zum neuesten Stand der Wissenschaft sagen, weil das wisst ihr ja auch. Ich kriege dann immer so wunderbare Anrufe von Klaus und der letzte Anruf war jetzt dahingehend, dass ihr gemeinsam mit seinen Wissenschaftskollegen, ihr wisst, dieser Igors-Präsident, dieser Friedjolf, wie heißt er den Nachnamen, weiß ich nicht. Also die Studie ist jetzt offiziell eingereicht, ist draußen. Ich glaube, das ist schon, der Anruf ist zwei, drei Wochen her. Jetzt kommt aber Folgendes. Also ich spreche jetzt mit meiner Sprache. Ihr wisst, ich bin kein Physio. Ich bin jetzt auch nicht der Wissenschaftler wie der Klaus. Ich bin Marketing-Pozi und spreche natürlich in Bildern. Und so, wie das wissenschaftlich jetzt mal verbriefte Ergebnis von Klaus sich darstellt, ist es ja so, ihr wisst oder vielleicht wissen es einige nicht, wir hatten drei Trainingsgruppen. Kniearthrosen war das Thema. Es gab eine untere Extremitätgruppe, eine obere Extremitätgruppe und eine Ganzkörpertrainingsgruppe. Und die Ergebnisse der Schmerzreduktion, weil wir wissen, der Klaus, dem ist eigentlich ja egal, was ich da in einem Kniegelenk und Muskulatur, der sagt, was kommt oben in der Birne an, reduziert sich dann Schmerz oder nicht. Da ist er ja sehr radikal. Das ist ein Wissenschaftsthema seit vielen Jahrzehnten. Neuronale Schmerzmodulation, wie gesagt, da kennt ihr euch viel besser aus. Und welche Wechselwirkungen es gibt. Lange Rede, kurzer Sinn. Klaus sein Ergebnis belegt wissenschaftlich, ich bin jetzt mal wieder ein bisschen salopp, sei es egal, was du trainierst. Und das ist ja jetzt das Paradoxe, dass bei einer Kniearthrose jemand, der Oberkörper isoliert, Oberkörper trainiert, eine signifikante Schmerzreduktion attestierbar, feststellbar, wissenschaftlich belegt, dargestellt ist in der Studie von Klaus. So, das heißt doch für uns, weil das wird der nächste Schritt sein. Und das wurde ja durch Corona jetzt böse verschüttet dieses Jahr. Wir hatten ja vor, gemeinsam mit euch einen sogenannten Arthrose-Gipfel zu organisieren. Das heißt, Freiwillige nach vorne. Ja, wir haben gelernt aus Background. Da habt ihr ja dann uns auch gespiegelt und habt gesagt, hättet ihr uns Praktiker vielleicht früher mit reingenommen, dann hätten wir gewisse Dinge anders entwickeln können. Das wollen wir jetzt bei der Arthrose-Studie anders tun. Und dazu werden wir demnächst auf euch zukommen und sagen, sobald jetzt sich die Studie verdichtet, der Klaus will die noch ins Deutsche übersetzen, werden wir natürlich versuchen unter den Gegebenheiten von Corona, die Zusammenkunft, und da wäre sicherlich Köln bei Klaus im Institut ein ganz guter Platz, um mit dem Klaus zusammen und Freiwilligen von euch das Ding praktisch nutzbar umzusetzen, sodass dann auch der, wie drücke ich mich aus, der erwartete kommerzielle Erfolg erzielt wird mit unserer Arthrose-Studie. Und das ist definitiv ein 2021er Thema, bei dem wir auch sicherlich auch wieder uns abgrenzen können von dem restlichen Fitnessmarkt. Da gibt es, wie gesagt, die eine Handlungsfelder mit euch gemeinsam, die praktische Umsetzung, Handbücher, Marketing, Botschaften. Es gibt aber auch, das habt ihr mitbekommen, wir alles in Göttingen waren auf dem Kongress, also wie sich Wolf und Klaus jetzt liebhaben. Und Wolf, der ja eher aus der praktischen Physiotherapie kommt, aber sehr viele Dinge sich sehr stark überlagern mit dem, was ja der Klaus wissenschaftliche Jahrzehnte so mit einbringt an Know-how. Und jetzt wird es natürlich auch gerade bei dem Thema Gelenkschmerz und Arthrose, wird es ja hochspannend in diesem Feld, das kriegen wir jetzt ja auch mit, in unserer neuen Firmengruppe Milon und Pfeif, ob daraus ein ganz rundes Paket wird. Und da sitzt natürlich dann auch ein Wolf mit dabei, mit uns gemeinsam, um daraus dann was Cooles zu entwickeln. Ich kann das ja bei Stand jetzt heute dazu noch keine genauen Timings sagen, aber ich weiß nur, dass von euch natürlich eine berechtigte Erwartungshaltung da ist, um das auch kommerziell zu nutzen. Wirklich nicht mal so vorsichtig aus. Antilo, ich würde gerne noch eine Frage mit reinnehmen. Ich weiß nicht, ob jeder dieses Chat-Fragen-Feld mitzieht. Ich lese es einfach mal kurz vor. Es geht nochmal um Auslastung und Mindestabstände. Das war eine Frage von der Kerstin. Kurze Frage an alle Einrichtungen. Wir haben einen Kraft-Ausdurzirkel mit Terminierung. Pro halbe Stunde können sich bis zu drei Mitglieder online fürs Training einbuchen. Diese drei Personen reihen sich nacheinander in den Zirkel ein, immer mit zwei Geräten Abstand. Dadurch ist bei uns nur noch das mittlere Rad und der mittlere Kosttrainer aktiv. In Klammern dadurch atmet man andere Trainierende auf den Kraftgeräten nicht direkt an. Wie handhabt ihr diese Abstände im Zirkel? Dürfen eure Trainierenden direkt hintereinander mit dem Training beginnen? Habt ihr alle Geräte angeschaltet? Wie löst ihr das Problem mit den Abständen dann? Das ist eine sehr gute Frage, weil eine ähnliche hatte ich heute auch nochmal. Geht wieder um die gleiche Praxis, wie vorhin schon erzählt. Wie kann ich die einfach die Mitglieder darunter bringen? Und gibt es eine Möglichkeit, mehr als vier da zeitgleich in der Stunde reinzukriegen? Geht vielleicht so ein bisschen einher. Sehen wir in dem Thema Zirkeltaktung und Kapazität. Da gab es ja das Thema Gerätaussetzen. Der Klassiker, den wir damals in Polen haben. Dann spreche ich mal so direkt an. Ich bin halt so ein Direktansprecher. Ich bin keiner freiwillig zu melden. Herr Herrmann ist noch live. Stefan ist auch noch live. Darf der was sagen? Ja. Okay. Ich wollte an dieser Stelle, ich möchte nicht unhöflich erscheinen, einmal kurz auf die Thematik hinweisen. Und ich glaube zu Abständen, Trennwänden etc. ist seit März so viel gesprochen. Ich würde gerne was zum Marketing sagen. Okay. Kerstin, das macht mich jetzt nicht wirklich glücklich, aber ich muss dem Stefan... Also, du kriegst Info von uns, aber nicht jetzt in diesem Forum. Ich hoffe, das ist okay für dich. Dann gehe ich noch mal ein zweites Thema Wissenschaft. Also, Klaus Adroso ist jetzt nur mal so eine Info aus dem Maschinenraum. Und die andere Info ist Oldenburg, Uni Oldenburg. Das läuft alles. Die machen... Unser Datenanalyst liefert auch lustig Daten nach oben. Die beiden Damen haben jetzt auch auf großen Kongressen schon mal die ganze Studie angekündigt. Da war ja diese Idee, dass wir dann bis zum Kongress diese Zwischenergebnisse, dann ist es ja noch nicht publiziert, schon mal präsentieren können. Also, da Information Januar, Februar. Rechnen Sie mal damit, was das Thema Geriatrie und Uni Oldenburg betrifft und Wissenschaft. Ich muss einmal noch ganz kurz reingrätschen zur Frage von der Kerstin. Kleiner Kompromiss. Wer trotzdem darauf antworten möchte, jeder hat ja die Chatfunktion, kann da ja Feedback geben. Dann kann aber Thilo einfach mit dem Thema weitermachen. Und dann abschließend zum Thema Wissenschaft. Der liebe Klaus wird ausgestattet mit einem Miller-Zirkel und kriegt auch ein bisschen Falsch mit dazu, damit er in Köln mal so mit unserem System auch arbeitet, kriegt er auch eine coole Schulung. Beate und Martin fahren da hin. Also so bewegt sich unser Klaus, der ja so unser Klaus ist, bewegt sich immer mehr rein in unsere wissenschaftliche Galionsfigur. Also da gehen wir auch so die nächsten Schritte mit ihm. Zum Thema Ausrichtung der Gesundheitsmarkt. Wer es noch nicht mitbekommen hat, also der Wolf war jetzt auf den Milon-Netzwerktreffen persönlich anwesend, hat es vorgestellt und auf den Physiaktiv-Netzwerktreffen das sogenannte Therapiemodul für die Isokinetik. Ich denke mal, das wird eine Funktion für jeden von euch, der Milon-Q hat. Bekommt er ja kostenlos ab November das Update aufgespielt und ist dann in der Lage, ich weiß nicht, wie aktiv ihr die Isokinetik einsetzt, für euch, für spezifische Schmerz- und Verletzungsbilder. Aber ich habe das alles auch mal selbst ausprobiert. Wir wissen alle, die Isokinetik, die knallt schon in der Gegenbewegung, gerade so bei einer Beifresse, ganz schön rein. Und das wurde jetzt dank Wolf, unserem Oberphysio, dahingehend verbessert, verändert, sodass wir eine Isokinetik im Therapiebereich super gut einsetzen können. Und ich sage jetzt mal so eine Arthrose-Knie oder so eine Meniskus-OP oder eine Hüfttransplantation. Wie können wir dann da sehr gut nutzen? Und das wird uns, sage ich jetzt mal, also ich spreche jetzt mal so als Physiotherapie, natürlich auch helfen, da im Prinzip abzugrenzen. Weil dann wird ja immer mehr der Miele und Zirkel auch zu einer Art Therapiesystem ausgebildet. Also falls das jetzt noch nicht gewusst hat, das ist jetzt auch mal so der erste Step mit dem neuen Management in Richtung Produktentwicklung hin zu dem ganzen Thema physiotherapeutische, medizinische Anwendung. So, Physiaktivprogramm, also ich meine, jetzt ist so ein bisschen die Frage, Austausch hat jetzt ausreichend stattgefunden, wir sind jetzt in der ersten Stunde drin. Positionierung und lokaler Wettbewerb, haben wir uns auch besprochen, irgendwo, ja, Ja, sage ich jetzt mal so ganz offen, welche Richtung wollen wir gehen? Sollte ich noch mal was erklären zu der Infozeitung? Interessiert ist das? Haben aber auch schon viele gesehen, sagen, mache ich oder mache ich nicht? Für die Arthrose-Studie, habt ihr gerade eben erfahren, es läuft jetzt so die nächsten Schritte. Ich kann vielleicht noch ein Stück weit aus der Eventplanung heraus sagen, also es wird diese Anfang nächster Woche auch ein Info-Newsletter herausgehen. Stichwort Kongress, da spreche ich jetzt mal aus dem Maschinenraum unserer gesamten Messeplanung der nächsten Monate. Da steht eine Therapie in Leipzig an, da steht eine Therapie in Stuttgart an, da steht ein Physiaktiv-Kongress in Göttingen an und eine FIBO in Köln. Aber bei allen Themen, könnt ihr euch vorstellen, sind wir natürlich höchst vorsichtig mit allem. Deswegen, das kann ich jetzt schon amtlich sagen, don't save the date, es wird keinen Physiaktiv-Kongress im Januar geben. Wir schauen uns das Infektionsgeschehen an. Ich kann aber auch klar sagen, es wird 2021 eingeben, nur er wird nicht im Januar stattfinden, weil das ist jetzt schon Mitte Oktober, mit dem Hinblick auf Januar, das ist einfach zu riskant. Also wir haben das hier intensiv, auch mit Göttingen, also dem Freizeit-Innen. Ihr könnt euch auch vorstellen, wie das für so eine Location, Hotel und Event, sagen wir mal, Organisation läuft. Also die haben tolle Hygienekonzepte entwickelt, aber nur der eine Parameter, großer Vortragssaal, mit den entsprechenden Abstandsflächen, ihr wisst ja selbst aus eurem Trainingsbereich, wenn ich dann mit 80, maximal 100 Personen den Raum bespielen kann, dann macht es für uns schon wieder der ganze Kongress zu, kann es hin. Also das sind so Dinge, die laufen jetzt gerade im Hintergrund. Ich würde auch gerne noch was zum Programmen, Aktionen und vielleicht zum Wissensportal noch kurz was sagen. Weil, ja, wiederhole ich mich vielleicht, oder auch Netzwerk treffen wir dabei, waren wir das ja auch schon so abgesetzt als Info. Ich meine, wir haben uns ja wirklich überlegt, was sich jetzt auch bestätigt hat. Wir haben uns ja nicht aufgehalten, jetzt irgendeine Kampagne zu entwickeln, die einen Stichtag mit hat, also sprich eine neue Herbstaktion oder sowas. Sonst auf die Programme konzentriert, wie Background, den Gesundheitsbotschafter, als Empfehlungsaktion, § 20 Kurs und so weiter. Im Wissensportal ist das alles vorhanden, auch das neue BGF-Konzept. Da war ja auch die Intention, okay, klar, jetzt sind viele Firmen auch in Kurzarbeit durch die Corona-Situation einfach geschädigt, aber das trifft ja jetzt nicht alle. Wenn ich da zum Beispiel mal an eine Edeka-Filiale denke, die sich vielleicht jetzt in den Zeiten überlegen, was kann ich da mal für meine Mitarbeiter tun, spielt ja sowas auch mit rein. Also lege ich euch da einfach noch mal nahe, schaut euch das mal an, ist alles im Wissensportal oder besucht auch das nächste Webinar, wie das einfach noch mal umzusetzen ist. Da haben wir auch wirklich den Philipp, der das Tag ein, Tag aus so macht, also als guten entsprechenden Ansprechpartner mit Praxiserfahrung. Wie gesagt, zu unseren Aktionen wie Gesundheitsbotschafter, ist auch alles als Druckdatei im Wissensportal, könnt ihr einfach runterladen und loslegen. Wer es natürlich individualisiert möchte und so weiter, kann das auch tun. Also da habe ich jetzt gerade, danke, danke Sebastian, da habe ich jetzt gerade eine spontane Idee. Wenn ihr mal euch in dem Themenspektrum zitiert habt, stehen wir, also auch der Sebastian, euch zur Verfügung. Und dann doch mal ein Befähigungswebinar zu machen, spezifisch auf ein Thema, wäre überhaupt kein Problem, gewissen Vorlauf, ihr müsst nicht durch die Gegend fahren, wir müssen nicht durch die Gegend fahren, man geht die Marketingaktion durch. Der Sebastian oder ich erklären euch alles dazu, Marketingmaterialien werden bestellt und dann entsprechend umgesetzt. Und jetzt gehe ich fast wieder mal zurück auf den Chart ganz am Anfang. Wir waren ja irgendwo hier und der ursprüngliche Gedanke oder Idee dieses Webinars war ja, wir kommen mal in das Jahr 2021. Aber in der aktuellen Situation, du hast es ja sehr schön beschrieben, Hermann, also ich habe heute früh auch mal mir so Benelux angeschaut, also Holland, Niederlande, Frankreich, da sind wir ja schon so weit von Schließung. Unten in der Schweiz trainiert man mit Maske. Ja, also das wäre jetzt Wahnsinn. Und ja, ich zitiere jetzt mal so aus unserer Marketing-Vorgehensweise, so aus der Firmengruppe raus, also wir fahren auch definitiv so drei Monate auf alles, was wir planen. Das hat jetzt alles einen Bestand für drei Monate und wird dann permanent geupdatet. Das ist auch für uns gerade als Industrieunternehmen anders überhaupt nicht möglich. Und ich glaube, auch nicht für euch. Also grundsätzliche Dinge aus der Therapie heraus, Prozesse zu optimieren, befähigen. Übrigens da auch noch mal, die Physio-Weekends in Berlin ist noch eins, in Hildesheim und auch in München. Kommt da hin, es ist Teil der Lizenzleistung. Was die Grundbefähigung betrifft, haben wir super positive Resonanz aus den Physio-Weekends. Aber ansonsten stehen wir, wie gesagt, jetzt für diese nächsten Monate gerne für diese individuelle Beratung zur Verfügung. Vielleicht kriegen wir das auch grüppelweise alles ganz gut hin. Und wie immer der Appell, vernetzt euch lokal. Also ich glaube, dass das gerade, ja, die neuen, noch etwas jüngeren Partner, sich auch mal mit jemand in der Region zu vernetzen, die schon länger im Geschäft sind. Also schaut euch da gerne auch mal unsere Deutschlandkarte an. Ich schicke vielleicht auch noch mal die Teilnehmerliste rum, dass ihr da auch einfach lokale Netzwerke nutzt. So, jetzt dürft ihr noch ein bisschen Feedback geben oder Fragen stellen oder wünschen wir noch? Es ist noch eine Frage drin, ob eine neue Weihnachts-Marketing-Aktion geplant ist. Ich denke, da kann man soweit sagen, jetzt aktuell nicht von unserer Seite. Ich würde mir nicht ausschließen, dass du vielleicht über die Motion One oder so was Neues zu bezieht bist. Also, was der Bedarf ist, wir haben ja sehr viel gehabt. Vielleicht sage ich auch dazu noch mal etwas, weil ich gerade heute vor einer Stunde, vor zwei Stunden mit der Katja Schlegel von Motion One telefoniert habe. Es gibt sicherlich individuelle Geschichten. Ich habe das auch auf den Netzwerken so geschildert. Wir besitzen zwei Marketing-Partner für die großen Kampagnen, die, die reproduzierbar sind, die, die auch stark in den Digitalbereich reingehen. Ganz klar, Eurofit, Eurodennis, da sind wir ja auch zufrieden mit der ganzen Umsetzung, sicherlich nicht immer mit der telefonischen Servicequalität von Eurodennis. Weiß ich auch, habe ich auch sehr viel Prügel bekommen mit den Netzwerktreffen. Und gerade wenn es um Neueröffnungen geht, um individuelle Sachen, da ist unsere Erfahrung mittlerweile, dass wir da sehr gut mit Motion One zusammenarbeiten. Die haben auch eine jahrzehntelange Erfahrung in dem Bereich. Da sind wir auch für flexible Dinge zur Verfügung. Und das Prinzip ist ja ganz einfach, dass die Agenturkreation Teil unserer Lizenzleistung ist und die Reproduktion, Druckkosten und so weiter zu euren Lasten geben. Das ist ganz einfach das Prinzip. Also meldet euch da. Und ja, für das Thema jetzt Weihnachtsaktion, da haben wir einiges da. Die Frage ist natürlich, da komme ich jetzt wieder auf den Anfang unseres Webinars, differenziere ich mich als hochkompetente Physiotherapieeinrichtung mit Selbstzahlerbereich über eine reine Weihnachtsaktion von Anbietern in der Region, die ja genau das Gleiche tun. Stichwort Hermann und Rücken in der Neujahrsaktion. In der Neujahrszeit, in der jetzt alle gute Vorsätze, in der jetzt alle etwas von Abnehmen, von Schmerzfreiheit erzählen, zu sagen, ich komme jetzt mit so etwas Speziellem wie Background, weil wir besitzen das Ganze, scheint mir, ja, aussichtsreicher zu sein. Träuche ich mir so aus. Also ich möchte jetzt hier keine Weihnachtsaktion irgendwie jemand ausreden, aber immer fragen, differenziere ich mich von meinen Mitarbeitern durch die Aktion. Also da würde ich mich auch gerne anschließen. Ich nehme es jetzt schon mal als Appell von deiner Seite, den teile ich aber genau so. Und das hat sich jetzt hier auch wieder bestätigt durch die Feedbacks von Hermann, von Arno und so weiter, dass das Spiel mit Konzepten gewonnen wird und nicht mit so einem, sage ich mal, standardmäßigen Aktionsmarketing. Das hilft ja wirklich nicht bei der Positionierung. Also das würde ich mir wirklich überlegen, Konzepte, Konzepte und das Ganze auch zu installieren und umzusetzen. Und was man vielleicht nochmal sagen kann zu Background, das erlebe ich trotzdem auch immer wieder in den Gesprächen. Background ist ja ein Leitfaden, wie es umzusetzen ist, das heißt die Preiserhöhung, die Funktionsuntersuchungen, die Testverfahren dazu, aber ihr könnt es ja entsprechend für euch anpassen. Da sind irgendwie immer doch so ein bisschen Blockaden, Ängste halt vorhanden, weil es viel Material rund um Background gibt. Das alles muss ich so umsetzen, viel Arbeit, kein Personal, wie mache ich das und so weiter. Also man kann es im Kleinen stattfinden lassen, dann aber auch im Großen. Also es liegt ja bei jeder Einrichtung dann selbst. Das klingt jetzt alle schon fast nach Schlussrunde. Der Appell zum Schluss. Okay. Komm Martina, sag du nochmal was. Ich will noch eine Frage. Okay. Und zwar, wir haben bisher das Background noch nicht umgesetzt. Also ich kann mir das für nächstes Jahr halt auch sehr gut vorstellen, das mal mit zu implementieren. Und ist halt die Frage, gibt es da auch Mitglieder anschreiben, dass man sich über die Mitglieder dann auch neue kommen, in dieses Background-Konzept? Also ich sage jetzt mal vorbehaltslos ja, weil die ganze Kampagne, das ganze Wording steht, es gibt irgendwie Infobriefe, daraus etwas zu machen. Grundsätzlich ja. Danke, Kathleen. Vielleicht nochmal, ja, jetzt werde ich fast so ein bisschen wie so ein Missionar. Versteht Background nicht als eine sessionale Kampagne. Der Herrmann hat uns ja völlig richtig gesagt, stellt euch das ORB einen Leistungsbereich, Osteopathie, Fangro, Stoßwellentherapie, Background. Das ist ein integraler Bestandteil eures Leistungsangebotes als Physiotherapiepraxis mit einem Trainingsbereich. Das ist, und dafür habt ihr die wissenschaftlichen Grundlagen und besitzt mit dem ganzen Marketing- und Prozesspaket ein Hammer-Tool, ein Hammer-Tool. Das hat so keiner bei euch. Das kann er so nicht spielen. Ihr seid Teil eines deutschlandweiten Netzwerkes. Dieses Punkt müsst ihr raushauen. Das müsst ihr raushauen. Damit könnt ihr ja euch auch gegen Ketten irgendwo behaupten. So klein ihr seid, lokal. Und deswegen, ja, verstehen als ein dauerhaftes Leistungsangebot. Man kann auch noch sagen, zu diesen Anstreben, man hat ja auch über die Infozeitung, da redaktionelle Texte auch bezüglich Background oder aus dem Manual heraus, da kann ich mir einfach einen ganz normalen Wordmaster nehmen von einer anderen Aktion und das einfach mal schnell umformulieren, als zwei Background-Gutscheine beispielsweise mitschicken. Also das wäre wirklich schnell erledigt, wenn da Bedarf ist. So, hier ist Ruhe. Also wenn jetzt jemand nochmal so überhaupt nicht weiß, wie seine ganzen Interessenten Mitglieder reinkommen, dann könnte ich aus dem innerfamiliären Nähkästchen bleiben, weil mein Sohn gerade hier für ein Münchner Fitnessstudio Straßenpromotion. Und da erlebe ich hautnah, dass diese Methode, diese sehr, sehr alligierte Methode, auch 2020, auch in Zeiten von Corona, durchaus seine Wirkung hat. Also wenn alles nicht mehr hilft, müsst ihr raus auf die Straße. Aber das will ja keiner. Auch nicht jemand im Bad Kleinen. So, wenn, wenn jetzt von euch nicht noch irgendwo ein Impuls kommt, wenn ihr nicht sagt, hey Tilo, das war jetzt alles, ja, irgendwo, hat mich so wirklich, haut das Ding raus, dafür sind wir ein Netzwerk. Wir sind per Mail, per Telefon natürlich immer erreichbar. Ja, und ansonsten bekommt ihr diese nächste Woche Newsletter mit den neuesten Updates, mit Informationen dazu, was ich uns alle, alle, und jetzt sind wir mal ehrlich, also natürlich denke ich hier auch darüber nach, wie eine auch immer geartete und genannte, sag ich mal, Schließphase aussehen könnte. Das wollen wir uns alles nicht ausmalen. Und wir sind Optimisten. Wie gesagt, da wollen wir jetzt einfach nicht und hoffen, dass uns diese, diese Kels, dass der an uns vorübergerüst wird. Stefan, jetzt hast du wieder Stumm gemacht. Okay. Ja, ich wollte dir kurz noch den Streetfighting-Man vorsingen, aber da hast du mit Absicht weitergeredet. Okay. Also, in diesem Sinne, weiterhin viel Erfolg. Überlegt euch gerade die, die jetzt noch nicht so genau wissen, was sie machen wollen, nehmen den Kontakt zu uns auf. § 20 Kurs, individuelle kleine Maßnahmen, Optimierung, Therapie, Trainingsschnittstelle, die großen Bomber wie Background oder BDF, das müsst ihr für euch entscheiden. Wir sind bei euch und unterstützen euch da gerne. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Gerne. Also, tschüss. Ciao. Das Video steht dann irgendwie online auf YouTube. So. Machen wir Schluss. Beantwürdige Fragen. Auf diese Seite. Auf diese Seite. So. Auf diese Seite. 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 Auf diese Seite.